Hallo und herzlich willkommen zu einem Test für die Zuschauer, damit ihr entscheidet könnt, was ich spielen soll. Entweder Gangkraft oder das andere am Block City, hieß das, glaube ich. Die beiden Sachen habe ich jetzt aufgenommen, werden, glaube ich, morgen irgendwann. Also, warum sage ich das? Ich weiß nicht, wie sie so dann nicht. Ja, wer dann, glaube ich, mal rauskommt. Und, naja, ihr könnt entscheiden, was wir spielen, weder Gangkraft oder Block City. Und jetzt testen wir Gangkraft. Block City haben wir, wie gesagt, schon getestet. Und jetzt kommt Gangkraft. Und ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen soll. Mal leiden das jetzt. Läuft, ne? Ich weiß nicht, wie man da was draufschreiben kann oder bearbeiten oder so. Und jetzt läuft er immer dabei. So, mal leiden das Spiel über... Haupt noch. Ich tipp da auch mal rauf, ohne Scheiß, Alter. Ah, okay. Oh, da bin ich so oft draufgeklickt. Komm, wie der Scheiß wäre rum. Oh, doch nicht. Entschuldigung. Ich hatte eins. Okay. Okay. No. Oh. Okay. Soll es sein. 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 Lass die Banken, los! Ich bin mir da mit Garnisch aus. Mann, was ist der Sinn von dem Spieler jetzt? Das ist scheiße! Es kann aber auch sein, damit wir ein anderes Spiel sagen, weil das ist richtig scheiße. Na ja, solche Leute, ihr könnt doch... Was ist mit ihr mit? Ja, mit mir, ne? Ähm... Ja... Das war's. Äh... Mal zu, das... Spiel... Ihr könnt mich ja noch überreden, bloß... Meine Meinung ist da... Nee... Da hätte ich lieber Blocks, die ich spielen, als ehrlich. So, ähm... Ich würde dann mal sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen! Auf jeden Fall! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Ciao! Ciao!